Leute, möglicherweise könnten wir im November endlich die 120 geforderten FPS für die PS5-Spieler und die Xbox Series X-Spieler bekommen. Das steht natürlich noch nicht hundertprozentig fest. Wer das Video von gestern noch nicht gesehen hat, das seht ihr ausschließlich auf YouTube, solltet ihr euch besser vorher nochmal ansehen. Es geht nämlich um das Apex Legends Engine Update. Wir bekommen in Season 19 nämlich keine neue Map. Wir bekommen ein Engine Update und da wird die ganze Apex Legends Engine komplett überholt. Wer die Einzelheiten so ein Stück weit wissen will, sollte sich das letzte Video auf jeden Fall vorher nochmal reinziehen. Und mit diesem besagten Engine Update könnte es sein, dass wir endlich die 120 FPS bekommen. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt hier und da zwei Tweets, die ich euch... hier und da ist Käse. Ich zeige euch erstmal einen Tweet und dort steht, Wie gestern gesagt, sollte Respawn für November auf Engine Upgrade statt auf eine neue Karte setzen. PS5 und Series X werden gemäß der Next-Gen Upgrade Version endlich in PC-Lobbys gepaart. Lasst bitte dieses PC-Lobbys gepaart mal außen vor. Das wird sowieso gleich wieder revidiert. Auch wenn es tatsächlich mittlerweile schon eine Weile so ist. Keiner weiß bis heute, ob das ein Bug ist oder gewünscht ist. Dass viele Playstation und Xbox Spieler ungewollt mit PC-Spielern gematcht werden. Das ist mir schon oft so gegangen und vielen von euch, die es mir geschrieben haben. Das könnte ein Bug sein. Ich weiß aber nicht, ob das gewollt ist. Und jetzt könnte man hier rauslesen, dass das bewusst mit dem Next-Gen Update auf 120 FPS so kommen könnte. Dass die Next-Gen Konsolen dann auch mit den PC-Lobbys gepaart werden, ohne dass du etwas dagegen tun kannst. Und hier auch nochmal der Nachteil niedergeschrieben, habe ich gestern im Video auch gesagt. Dass wohl PS4 und Xbox One eben dann nur noch in Zukunft mit diesem Engine Update auf 30 FPS laufen. Das ist natürlich echt eine miese Nummer. So, und jetzt kommt der Text, der das Ganze vielleicht ein bisschen revidieren könnte. Weil Respawn selber wohl schreibt, dass es genauso wie bei Cross-Progression wohl eine riesen Baustelle ist, die 120 FPS in dieses Spiel zu bekommen. Warum auch immer. Wie gesagt, es wird ein Engine Overhaul, eine Überarbeitung sein. Also warum nicht jetzt die 120 FPS endlich bringen. So, hier wird auf jeden Fall geschrieben, was das letzte Gerücht angeht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass PCs und Konsolen gekoppelt werden. Das ist der Punkt, den ich gerade angesprochen habe. 120 FPS für die neuen Generationen sind immer noch eine ferne Möglichkeit. Der nächste Satz, der macht nicht ganz Sinn, weil das eine Übersetzung ist. Und weiter im Text zufolge ist das Überschreiten von 60 FPS für Respawn immer noch eine mühsame und weit entfernte Mission. Das ist der ganze Text. Es kann also sein, dass wir die 120 FPS endlich bekommen. Vielleicht aber auch nicht. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass das wie immer Leaks sind, nichts was bestätigt ist. Aber macht es nicht Sinn, wenn wir eine Überarbeitung der kompletten Engine bekommen, dass wir dann endlich auch 120 FPS bekommen. Das macht meiner Meinung nach nur Sinn, weil eine neue Engine zu bringen und dann immer noch nicht 120 FPS. Das heißt, im Hintergrund wird immer noch gebastelt. Und dann wird wieder was Neues überarbeitet, überschrieben. Wieder mehr Bugs, wieder mehr, keine Ahnung. Alles theoretisch müssen wir mal abwarten. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Halte euch wie immer auf dem Laufenden. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es denn so kommen sollte. Und wie gesagt, wer das letzte Video nicht gesehen hat, bekommt noch die Erklärung, warum wir keine neue Map bekommen. Warum wir Revenant nur in Season 18 bekommen. Das Stormpoint Update nicht in Season 18, sondern in Season 19 und so weiter. Rede ich ausgiebig drüber. Also schaut auf YouTube vorbei. Schaut euch das letzte Video an. Ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.